Und wo der Oiser Besuch ist gekommen, Besuch ist gekommen, Besuch ist gekommen, Besuch ist gekommen, Hau mir a Flascheri auf Dorn, A Flascheri auf Dorn. Komm Schenkies zweitmal Gläseri, Ist es in der Schuppe gemütlich zu sehen? Komm Schenkies zweitmal Gläseri, Ist es heu mir gebet noch g'si. Der Hund streckt sich beim Schmine zu, Er soll ihm jemand die Tür öffnen. Er sorgt seine Sache mit eigenen Kräften. Geh raus schnell und mach dein Geschäft! Doch etwa nach einer halben Stunde, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, hat jemand gesagt, wo ist der Mund? Wo ist auch der Mund? Durch das so stark gewittert, hat dieser Wiesli zittert. Durch das so stark gewittert, hat dieser Wiesli zittert. Und die Gemütlichkeit von unserem Besuch weicht jetzt so langsam an den Fluch, wer fahndet in einem fremden Quartier schon gern wie Regen nach seinem Tier. Da plötzlich schreift der dunkler Fleck, der dunkler Fleck, der dunkler Fleck. Er trifft von Messi strotz vor Dräck, er trifft und strotz vor Dräck. Er schnauze schlägt auf den Hunde geschick, ein toten König auf den Standblick. Schnauze schlägt auf den Hunde geschick, ein König auf den Standblick. Was mich, er sagt, am meisten stört, ich weiss genau, wer da König gehört. Kein Peinlicher kann's gar nicht mehr sein, der ist von Caudill vis-à-vis. Der oben ist komplett verpfuscht, komplett verpfuscht, wir hei die Tiere in der Wannendusch, die Tiere in der Wannendusch, denn g'fühlt, der Hund macht's nicht gern mit, er wird sich sehr kühl und nicht, g'fühlt, der Hund macht's nicht gern mit, er wird sich nicht. Als letzte Rettung kriegt noch eins, sonst macht der Caudill morgen ein Mais. Wie legt das Tier auf jeden Fall heute Nacht noch zurück? Ich, Königustall. Ah, morgen früh, wo die Kuggegay, wo die Kuggegay, Dürf droht, der wer an Türen steht, wer da an Türen steht. Der Caudill, der den König und dreht, und die Freude strahlt zu mir seht. Der Caudill, der König und dreht, und die Strahlen zu mir seht. Der ist mir gestorben, mit diesen Pfeil-Tippen, gu Pickel, vor kur CORSELchir verfluchten hab heute lieteplcents, und parfümiert im Stau. Das ist mir noch nie passiert! Ja, ja. Vielen Dank.